Ja, hier noch eine kleine Ergänzung zu eben, um das noch mal ein bisschen deutlicher zu zeigen. Also hier ist die Verordnung ein bisschen verwirrend gemacht, nämlich sie ist so gemacht, dass hier eine spherotorische Verordnung ist und man muss erst mal gucken was wirkt denn in 90 Grad und in 90 Grad wirkt hier sphärisch minus 1,25, das heißt also man geht 1 cm nach oben und dann ist hier in 1,25 cm pro Meter ist dann die Basis oben, also hier die Höhe, von da nach da die Höhe und hier von da nach rechts ist dann 1,25 Basis oben, genau so wie ich das gerade gemacht habe. Und man sieht hier, man kommt auch mit dem Stift manchmal so ein bisschen durcheinander. Hier oben, der Bildsprung oben, wenn man den berechnet, ist der 1,425 Basis unten, das muss man hier rechnen und dann kommt man auf diese Ergebnisse. Ich zeige euch hier einmal so die Rechnung und dann gehe ich hier in diese Richtung. Das heißt, hier kann ich dann gedanklich so ein Pfeil dran machen, Basis unten und von hier aus dann ein Pfeil Richtung Basis oben. Und hier in dem Buch sieht man dann schön diese Stelle, diese Stelle, diese Stelle verbunden, also drei Punkte und dann seht ihr auch, dass das schön passt. Unten messe ich nochmal nach, ob das, da sieht man allerdings auch, dass es nicht passt, das ist schon lustig. Basis unten ist ja am, warte mal hier am oberen Glasrand, achso, ne die machen das noch anders, die rechnen den oberen Glasrand aus. Ich dachte jetzt schon gerade, also der obere Bildsprung ist, der ist hier, das sind also 1,425 Zentimeter pro Meter, das ist also der obere, das passt auch. Ich habe schon gerade gedacht, was ist denn jetzt hier los, dass das schon wieder nicht passt, der untere Bildsprung ist gar nicht berechnet worden. Das heißt also, das sind jetzt hier genau 3 Zentimeter hätte ich jetzt hier gemessen, das heißt, ich messe hier nochmal nach, das sind also 1,3 ungefähr, das kann man ja auch nicht immer so genau messen, also von da nach da gemessen 1,3, die Addition ist 3, dann heißt das, das heißt also, ich würde 3 mal 1,3 rechnen und das wäre dann hier der untere Bildsprung. Obere Bildsprung, unter, also hier war nicht gefordert, den unteren Bildsprung zu berechnen. Was die hier berechnet haben, das finde ich total interessant, das würde ich so nie machen. Die haben von da nach da gemessen und dann hier oben den oberen Glasrand, den Bildsprung, beziehungsweise die prismatische Wirkung. Also Bildsprung, prismatische Wirkung ist ja letztendlich dasselbe, die plötzliche Änderung führt zu diesem Bildsprung. Vielleicht hilft euch das nochmal, wenn das gerade so ein bisschen unrundig war, was wir gemacht haben. Ja, jetzt kommen wir zur nächsten Aufgabe. Das ist die Aufgabe 10. Ja, was da ein bisschen tricky ist, ist die Tatsache, dass diese Formel habe ich gerade nicht in der Formelsammlung gefunden und ich habe das auch in keiner Klasse von euch unterrichtet. Das heißt also, es hat entweder Frau Liesegang oder Frau Bauer gemacht. Diese Formel, ja, muss man sich quasi merken oder herleiten. Z ist also die 2 und AE ist 1 geteilt durch minus 1,5. In der Aufgabe steht ja, dass der bei 1,5 gucken will. Das heißt also, wenn man das so rechnet, wie es hier steht, aus dem gesunden Menschenverstand ergibt sich, dass man dann die Dekression quasi so wählt, dass der oben genau ohne zu akkommodieren diese Entfernung gucken kann, die er möchte. In diesem Fall die 1,5. Das steckt also dahinter. Ja, und ich habe das jetzt hier nochmal ein bisschen erläutert. Wenn wir jetzt hier so ein degressives Nahglas hätten, wäre ja hier die Nähe. In der Nähe wirkt eine Addition von 2,0. Das heißt also, mit diesem Glas kann der dann die 2,0 plus das, was er akkommodieren kann, das sind die 2,5. Und wenn ich dann den Kehrwert nehme mit minus 1 verrechnet, dann kann der bis minus 22,22 Zentimeter gucken. Hier oben errechnet sich das folgendermaßen. Und so kommt auch quasi die Formel zustande. Hier ist die Addition. Also das Z, die 2. Und wie viel muss das nach oben hin abnehmen, damit hier oben genau die Wirkung ist von 0,66. Das heißt also, ich habe ja gerade die Degression ausgerechnet mit 1,33. Wenn die Wirkung jetzt hier oben, also von dem Nahteil bis nach dem, ja, wie soll man sagen, das ist ja quasi die Zentrierung für die Ferne, in Anführungszeichen für den Zwischenbereich, dann wirken hier genau die 0,66 Periode. Und wenn wir davon wiederum den Kehrwert bilden, dann kann der, das ist ja 1 durch Meter, wenn wir dadurch von dem Kehrwert bilden, dann sehen wir, dass der, wenn er hier oben durchguckt, genau auf 1,5 Meter gucken kann. Ja, so kann man sich die Formel herleiten. Man könnte also auch umgekehrt sagen, hier muss 1 geteilt durch Minus, also 1,5, ja, das muss hier wirken. Dann kommt man auf die 0,66, das heißt also die Entfernung AE, 1 durch, diese Wirkung braucht man hier, damit der ohne hier zu akkommodieren auf 1,5 Meter gucken kann, also einmal kreisgerechnet jetzt quasi. Und wie hoch muss die Degression sein dann von 2,0 zu dem Wert, den ich gerade ausgerechnet habe. Das ist jetzt quasi, ja, die Möglichkeit, wenn man auf die Formel, wenn man die sich nie merken kann, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich habe sie gerade nicht in der Formelsammlung gefunden, das heißt, man muss sie sich herleiten. Ich schätze mal, dass Frau Liesegang und oder Frau Bauer das ähnlich euch erklärt haben. Das ist an der Stelle ein bisschen komisch für mich, weil ich jetzt halt diese Aufgabe mache, die ich eben halt auch sehr logisch und sehr schön finde, ohne dass ich das selbst unterrichtet habe. Deswegen weiß ich nicht so genau, wie ihr es vermittelt bekommen habt. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie immer, sagt nochmal Bescheid, ich kann mich dann da gerne drum kümmern. Ihr könnt aber auch gerne genau die kleine gleiche Aufgabe nochmal sagen, hm, wir haben das irgendwie anders gemacht. Ihr werdet dann wahrscheinlich aufs selbe Ergebnis kommen. Wobei man auch eins sagen muss, man kann dann hier auch streiten. Man könnte hier zum Beispiel sagen, okay, wenn das weiteste ist, 1,5, wenn das genau das ist, was er gucken will, vielleicht besser hier noch ein bisschen weiter. Das heißt, ich mache die Degression ein bisschen mehr, dass ich hier eben halt ein bisschen stärker myopisiert bin. Oder weniger stark, ne? Ich kann das so ein bisschen beides mal testen. Wenn ich die Degression schwächer mache, dann komme ich ja hier weiter weg. Wenn ich die höher mache, komme ich näher ran. Und das müsste man im richtigen Leben, ehrlich gesagt, probiert man das aus und setzt das auch mal ein. Und hier rechnet man halt mit Kehrwerten rum von wo bis wo, der so gucken kann. Und ob man dann denkt, dass er damit gut zurechtkommt.